Wer seine Gefühle gestaltet, gestaltet auch sein Schicksal. Wie ist deine Verbindung zu deinen Emotionen, zu deinem Bewussten wie auch Unterbewussten? Wie viel inneres Potenzial nutzt du in deinem Leben aus, um auf deinem Lebensweg erfühlend, stärkend vorankommen zu können? Mit diesen Fragen setze ich mich regelmäßig auseinander und widme diesem Thema dem inneren Potenzial, der emotionalen Intelligenz, die Online-Ausbildung zum kosmogetischen Life Coach, welches am 2. Februar bereits beginnt. Du bist herzlich eingeladen, diesen spirituellen Bewusstseinsweg mit mir gehen zu können. Wenn du möchtest, teile diesen Beitrag, schreibe einen Kommentar und teile es und damit nimmst du automatisch an meiner Verlosung mit und hast die Chance, einen Platz für persönliche Engelbotschaft gewinnen zu können. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg, viel Kraft und drücke auch die Daumen für deinen Platz bei den Engelbotschaften. Und du bist wirklich fertig, bleib für